Vor ein paar Tagen habe ich ganz neu den Psalm 62 gelesen, den ich dir heute ganz besonders ans Herz legen möchte. Überschrieben ist er in meiner Bibel mit der Überschrift Warten auf Gott. Und ich dachte, oh ja, das stimmt. Ich warte auf Gott. Ich warte, dass er in bestimmten Situationen in meinem Leben eingreift, für die ich lange bete, für die ich lange glaube. Ich warte auf Gott. Vielleicht geht es dir auch so, dass du Situationen hast in deinem Leben, wo du sagst, ich warte schon so lange auf Gott, dass er etwas tut, dass er etwas unternimmt. Dieser Psalm hat ganz viele Verse, die voller Zuspruch sind für dich heute in die Situationen, wo du auf Gottes Eingreifen, auf sein Handeln wartest. Das fängt schon an im Vers 2, da heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hilfe. In Vers 3 heißt es, nur er ist mein Fels und meine Hilfe und meine Festung. Oder in Vers 6, nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. In Vers 7 heißt es, nur er ist mein Fels und meine Hilfe und meine Festung. In Vers 8, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. In Vers 12 heißt es, die Macht ist bei Gott. Und in Vers 13 heißt es, dein Herr ist die Gnade. Siehst du, alle diese einzelnen Verse mit den Zusagen, er ist unsere Festung, er ist unser Schutz, er ist unsere Gnade. Er hat etwas für dich vorbereitet in dieser Zeit, wo du auf sein Handeln einfach wartest. Er möchte dir das zusprechen heute. Bei ihm ist Zuflucht, bei ihm ist Heil, bei ihm ist die Festung, wenn du Schutz brauchst. Bei ihm ist Versorgung, wenn du Versorgung brauchst. Bei ihm ist das Heil, wenn du in Schmerzen und Krankheiten bist. Warten auf Gott. Warten auf Gott mit dem Psalm 62. Lies ihn ganz neu heute durch. Frag Jesus, was er an Betonung heute in dein Leben legen möchte. Und geh diesen Psalm im Gebet ganz neu mit dem Herrn durch. Du wirst sehen, er hat etwas, was dich weiterbringt und was einfach diese Wartezeit mit ihm wirklich festigt und wo du weiterkommst. Ich wünsche dir, dass du heute erlebst, Gott hat mehr für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!